hallo und willkommen in meiner häkel garage ich möchte euch heute was zeigen und zwar habe ich ein neues projekt am start also ein neues projekt in arbeit und ich würde gern von euch wissen was ihr denkt was das mal werden könnte ich bin noch ziemlich am anfang also sind jetzt erst ein paar teile da kommen dann noch mal einige dazu also ihr seht das fahrzeug besteht aus sehr vielen kleinen einzelteilen einen ultimativen tipp möchte ich geben und zwar lade dieser tipp indirekt zeus und hera aus der griechischen mythologie und da wisst ihr bestimmt jetzt was es mal werden wird schreibt doch unten in die kommentare rein welche idee das ihr habt und ich möchte dieses video auch dazu nutzen weil ich habe schon lange kein gewinnspiel mehr gemacht würde ich dann ein gewinnspiel machen wenn mehr als 50 kommentare hier unten unter diesem video sind und dann startet das nächste gewinnspiel was ich dann verlos weiß ich nicht aber ich nehme an das wird wieder ein roller werden um keins meiner videos mehr zu verpassen da abonniert doch bitte meinen kanal da würde ich mich sehr darüber freuen und dann wünsche ich jetzt viel spaß beim rätseln und bis bald tschüss